Ja, wir sind gerade hier von der Animagic. Das ist die Eva von Apple. Hallo Eva! Genau. Und das ist der Viri von Viriswelt. Also Marco von Viriswelt. Und den habe ich dabei, damit der uns pusht. Und naja, sie ist eine hübsche Frau, ne? Also schaut immer rein! Musik 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 Ja, wie versprochen gehen wir jetzt in der Voyager was geiles Essen mit coolen Leuten. Also kommt mal mit rein. Musik Musik Jo, jetzt sind wir drin. Ich habe euch schon ein bisschen was gezeigt. Was fandst du am geilsten? Ähm, natürlich diese unglaubliche Getränkevielfalt hier. Mir hat am besten Curiosity Cola gefallen, ja. Der würzige Geschmack einfach genial. Ihr findet keine Links in der Videobeschreibung, werden von denen nicht bezahlt. Rosenlimonade für den echten Mann von mir. Männersaft. Männersaft. Ja, ja. Von welchem, von welchem, nein. Ja, was fandst du am geilsten? Burger. Veggie Burger. Super Essen hier. Schmeckt alles super. Ja, ist auch bezahlbar. Die Dame im Bunde. Also mir gefällt die Spieleauswahl am besten. Also klassische Spieleauswahl ist für jeden was dabei. Kann man sich ausleihen. Das ist klasse für nach dem Essen. Also wenn ihr in der Magic mal was nicht zu tun habt, was essen wollt, was zocken, günstig. Und ich muss wirklich dazu sagen, Leute, jetzt mal als Vergleich, ja. Hier kostet ein klassischer Burger, ja. Man wird satt davon, ne. Du bist satt geworden. Ja. Der kostet hier 6 Euro, ja. Und in so einem scheiß Burgerladen, ja, musst du 10 Euro oder 12 Euro für so einen Burger bezahlen. Also das ist echt gut. Und alles frisch. Also ich hab noch nie so einen reichen... Ja, könntest du sogar Studenten leisten. Ja, auf jeden Fall. Und ich als YouTuber. Als armer YouTuber. Als armer YouTuber. Ja, und sonst gibt es noch F***ensickern. Jetzt haben wir noch ein kurzes Gespräch mit der Eva von Apple. Na, möchtest du 2.000 bis 3.000 Dollar pro Take verdienen? Ja, geil gegessen, geil getrunken und viel Spaß gehabt. Das hat auf jeden Fall der Nerdcheck bestanden. Voyager! 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 Nein, tut's nicht, tut nichts. Eure Cosplay sehen super aus. Sie sind geil. Kommt runter, kommt runter. Ist okay. Kommt runter. Wieder eine gute Tat. Wieder eine gute Tat.